Peinlich, peinlicher FC Bayern München, so muss man es leider sagen. Deswegen möchte ich absolut nicht die Leistung von Mainz runtersprechen. Mainz hat ein Top-Spiel gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit, hat verdient gewonnen. Und ich wünsche es euch Mainzern sehr, dass ihr es nach Europa schafft. So wie ihr spielt, habt ihr das mehr als verdient. Aber kommen wir zum Spiel. Die Bayern sind eigentlich in Führung gegangen durch Sadio Mane, durch den Kopfball. Und da war der Torwart von Mainz auch nicht ganz frei zu sprechen. Ja, und das schien eigentlich alles gut. Man hätte vielleicht auch das 2-0 machen können. Bayern hat im Gesamten aber viel zu wenig getan, um ein 0-2 zu erzwingen. 0-1 dann in der Pausenstand. Mainz hat sich einfach nicht unterkriegen lassen und ist dann, ich würde nicht sagen überraschend, aber schon ein bisschen vielleicht durch Ajok zum Ausgleich gekommen, was ja schon an sich eine Riesenleistung ist. Dann allerdings nur ein paar Minuten später durch Barrero. Das Spiel gedreht innerhalb von ein paar Minuten, obwohl Bayern das eigentlich im Griff hatte. Also im Griff in Anführungszeichen. Und dann noch das 3-1 durch Martin Aaron, war auch ein schönes Tor. Also was soll man dazu sagen? Mainz einfach geisteskrank gespielt in der zweiten Halbzeit. Bayern verdient, verloren, hat zu wenig gemacht gerade in der zweiten Halbzeit. Und deswegen Glückwunsch nach Mainz. Und Bayern, ja, was soll ich dazu noch sagen? Kommt übrigens in einem Video, was heute auch noch kommt. Und wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonniere ihn nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video und ciao.